Musik Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movie-Lusion, der beste bayerische Podcast der Welt. Und, glaube mal vorweg, nicht, dass ihr vergessen habt, was gleich wieder das für ein Podcast war. Und ich habe heute hier mit dabei im virtuellen Studio den Mike. Hi Mike. Servus, liebe Videofreunde. Habe deri. Das war eine hervorragende Anmoderation. Sehr schön. Dankeschön, Dankeschön. Ja, du hast da einen Film ausgesucht und du hast gleich mal den ersten Teil übersprungen. Also wir gehen hier auf einen Film mit Teil 2 und er heißt VHS 2 oder SVHS. Richtig. Du bist bestimmt so bewandert und weißt, was das S vor VHS heißt, oder? Es heißt super, oder? Das weiß ich für jetzt gar nicht. Okay. Stimmt, es ist gleich am Anfang schon sauber, ganz beschissen verbreitet. Nein, bloßgestellt. Wahnsinn. Gleich am Anfang bloßgestellt. Weißt du es dann du? Nein, ich habe keine Ahnung. Ich habe gedacht, du hast bestimmt noch so viele Erfahrungen gesammelt mit VHS, dass du das weißt. Also, nein, weiß ich jetzt nicht. Müsst ihr jetzt nicht mehr nachschauen. Tut ihr aber nicht. Liebe Videofreunde da draußen, das ist jetzt eigentlich eine Aufgabe. Und wenn es das hört, dann schreibt es uns bitte bei Facebook oder Instagram oder YouTube oder so in die Kommentarspalte bitte. Dankeschön. Ich werde jetzt aktiv aufgefordert. Ja, macht's einmal was. Ja, tut's was. Nicht nur rumsitzen. Genau. Wer es nicht weiß, VHS, also für die ganz jungen Hörer unter uns, das sind Videokassetten. Mhm, Kassetten. Also das war praktisch die Stufe vor den DVDs. Mhm. Aber da hat es dazwischen noch was gegeben, das war die Laserdisc. Was dazwischen? Ja. Nein. Aha. Kennst du die Laserdisc überhaupt? Nein. Ja, das war quasi so eine Scheibe wie eine Schallplatte und hat ausgeschaut wie eine CD, also so eine spiegelglatte Oberfläche quasi. Und da waren Filme drauf. Okay, nein. Kein Scheiß. Und die Verpackungen quasi auch passen dann in Vinylgröße und so. Also das war noch mal dazwischen. Aber hat sich nicht wirklich durchgesetzt, weil das preislich durch die Decke gegangen ist und war recht unkampert. Ach, so ist das, wenn du da manchmal deine Collection-Videos machst, das ist da im Hintergrund so ein Laserdisc dann? Genau. Manchmal sind es Vinyl-Soundtracks oder halt dann auch Laserdiscs. Okay. Ja, an sich ist es halt auch für den Sammler halt ziemlich cool, wenn du dann so ein Laserdisc hast und dann diese Covers, die Cover, durch das, dass die halt viel größer von der Dimension her sind, ist ja gleich ganz was anderes, als wenn du jetzt ein Media Book hast oder sowas, das ja doch von der Größe her limitiert ist. Und bei so einem Vinyl oder bei so einem Laserdiscs, da hast du jetzt Cover-technisch nochmal eine ganz andere Dimension. Ist halt schon schön. Okay, cool. Aber selber hätte ich auch keinen Player mehr, muss ich sagen. Also ich habe nur ein paar so einzelne Laserdiscs aus Deko-Gründen oder aus nostalgischen Gründen, aber als Player habe ich keinen. Also es ist gerade wirklich für mich nein. Ich habe jetzt gerade was gelernt. Wer hätte das gedacht in der Folge? Da schon hören. Wir haben zwar nicht rausgebracht, wo es ein S-VHS ist, aber wo es ein Laserdisc ist. Also ich glaube, S steht für super. Also ich kann es mir anders gar nicht erklären. Und ja, jetzt reden wir aber vielleicht mal über den eigentlichen Film. VHS ist ja so ein Found-Footage-Episode-Film, über den wir ja auch vielleicht mal irgendwann reden könnten. Und VHS 2 ist praktisch die Fortsetzung davor. Also auch ein Found-Footage-Episode-Film. Und das Besondere ist halt, es ist ein Episoden-Film mit verschiedenen Regisseuren. Genau. Kennt man ja aus der Vergangenheit auch schon von anderen Filmen wie Four Rooms, wo ja bekanntere Regisseure ihre Filmbeiträge zum Beispiel beigesteuert haben. Stimmt. Du würdest jetzt wahrscheinlich sagen, Mensch, Korbi, warum bei VHS oder S-VHS, da kennt man doch auch alle Regisseure. Also ich nicht. Aber Bock hältst du auf alle Fälle, oder? Die waren jetzt nicht alle unbekannt. Sag bitte ja. Ich lüge jetzt einfach mal und sage, ja, natürlich. Weil über den Safe Heaven, da haben wir glaube ich schon mal irgendwo, irgendwann geredet, wo du zu mir gesagt hast, ja Mensch, das ist doch der Regisseur von Safe Heaven. Genau, der Gareth Evans, der ist wiederum der Regisseur von The Raid 1 und 2 und Apostel. Ach, ja. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal kurz durch, wo es jetzt in dem Episoden-Film los ist und dann können wir episodentechnisch auf die Regisseure ein bisschen eingehen. Weil es gibt nämlich schon ein paar, die man kennt. Ja, dann machen wir das doch mal. Also für Leute, die noch nie irgendeinen VHS-Film gesehen haben, also wir reden jetzt wieder von dieser Horror-Film-Reihe. Das sollte man vielleicht auch sagen. Anthologie, ja. Gesundheit. Es gibt praktisch immer eine Rahmenhandlung und in dieser Rahmenhandlung ist ein Detektiv, vermute ich jetzt mal, der mit Hilfe von Videokameras praktisch so seine Detektivarbeit filmt, um vermutlich einen Beweis zu haben, keine Ahnung. Und er kriegt dann Auftrag, nach einem Studenten zu suchen, der verschwunden ist, glaube ich. Genau. Und er steigt dann mit einer Freundin in das vermeintliche Haus ein, wo der Student sie versteckt haben soll. Und da finden sie dann einen Raum, der verwüstet ist, oder sagen wir mal, die ganze Wohnung ist verwüstet. Er findet also einen Blutfleck und macht sie dann auf die Suche nach dem Studenten und sie macht sie dabei in dem Video-Zimmer breit, wo auch ein Laptop steht, wo dieser Student eine Videobotschaft hinterlassen hat und halt einen Haufen Kassetten. Und diese Kassetten schaut sie dann auch. Genau. Und da ist hübsch wildes Material drauf. Genau. Dann darfst du loslegen. Was ist denn die erste Episode? Also zuerst einmal vorab, also diese Rahmenhandlung quasi, die heißt ja Tape 49, stellt ja schon mal sicher, dass wir für unsere 3T schon mal was drin haben, glaube ich in den ersten drei Minuten sogar, aber davon natürlich später bei unserem Fazit. Und die erste Geschichte, die sich die Dame da auf HHS anschaut, heißt Clinical Trails und ist Regie geführt und geschauspielt vom Adam Wingard. Aber den kennst du, Kurve, oder? Bitte hier Zirpen einfügen. Also, helf ich dir. Adam Wingard ist der Regisseur von Godzilla vs. Kong zum Beispiel. Da kenne ich Godzilla, ich kenne Kong, ich kenne den Film, aber wenn du mich jetzt gefragt hast, Mensch, wer hat denn den gemacht? Der hätte ich gesagt, keine Ahnung. Okay. Das war der Film, der nach Corona das Kino gerettet hat. Ja. Oder er hat ja zum Beispiel so das Your Next hat er auch gemacht, den kennst du vielleicht. Your Next. Na. Okay, macht nix, aber die. Also aber Clinical Trials, den habe ich tatsächlich schon mal gesenkt, ja. Okay, also Clinical Trials. Es ist tatsächlich mal, ich kretsche einfach mitten rein. Unsere Hörer denken sich wahrscheinlich, oh Mann. Tatsächlich ist es einer der wenigen Horrorfilme, die ich schon vor unserer lieben Podcastkarriere häufiger gesehen habe. Das ist ja wirklich mein Lieblingsteil von der VHS-Reihe. Daher war ich ganz froh, dass du vorgeschlagen hast, dass wir über den mal reden könnten. Ja. Und wir haben ja eigentlich draufgekommen, weil wir wieder über das Hardline geredet haben und wir ja den allerersten Film, den wir in Hardline gesehen haben, jemals, also quasi vor zehn Jahren, war der erste Film war damals, gut, dass ich nicht liege, der erste Film war Maniac und der zweite war VHS-2. Und da haben wir eben draufgekommen, dass wir gesagt haben, weißt du was, den finden wir beide geil, müssen wir drüber schmerzen. Ach, echt, der ist im Hardline gekommen? Mhm. Das war der allererste Film. Erstes Maniac-Remake und dann VHS-2. Und zwar war es dann auch so, dass wir mir eben geschaut haben, wo könnte man mir den Film sehen, weil es vorab schon geheißen hat, der bekommt ungeschnitten bei uns in Deutschland keine Freigabe. Und dann hat es eben geheißen, okay, ein Kino in Regensburg hat den ja Wahnsinn, da müsste man auch schauen. Tatsächlich, sie haben den noch ungeschnitten ausgestrahlt. Die geschnittene Fassung dauert, glaube ich, 90 Minuten und die ungeschnittene 96. Also ein doch einige Minuten Unterschied. Und ja, und seitdem haben wir dem Hardline treu geblieben schon. So war das. Aha, so schließt sich der Kreis. Das ist ja schön. So schließt sich der Kreis, richtig. Ja, aber VHS, also den ersten Teil, der war da schon bekannt, oder? Ja, ja, freilich. Den habe ich damals auch mit dem Kani gesehen. Also da haben wir Schiss gehabt ohne Ende. Aber bei mir hat der Zweite immer wegen März sind. Also deswegen wollte ich mit dem Zweiten eigentlich anfangen. Weil mit dem Ersten kann ja jeder anfangen, oder? Ja, richtig. Das wäre total langweilig. Aber dann, jetzt erzählen wir, um was geht es denn in Clinical Trials? Clinical Trials. Und zwar, dieser besagte Adam Wingard bekommt ein künstliches Auge implantiert. Und dieses künstliche Auge hat, oh Wunder, eine Kamera mit drin. Die Operation verläuft gut und alles passt. Und es gibt nur eine Nebenwirkung, nicht körperlich, aber er kann ja ab jetzt tote Menschen sehen, die sich in seinem Umfeld so rumtreiben. Und die kommen immer näher. Und dann kommt noch eine Dame in sein Leben. Und dann spitzt sich die ganze Situation ganz brutal zu, weil die Toten oder die Geister immer aufdringlicher werden. Rücken immer mehr auf die Pelle. Genau. Ja, es ist auf jeden Fall echt saukool gemacht, weil das Auge ist ja gleichzeitig die Kamera. Und da habe ich mich den ganzen Tag gefragt, wie haben sie das wohl gemacht? Ja, weil man zeigt eher mehr auf dem Spiegel dann, gell? Genau, es gibt ein paar Szenen, da schaut er sich dann in einem Spiegel an oder versucht, was mit dem Auge zu machen. Und das ist schon beeindruckend. Und da frage ich mich dann immer, weil ich bin ja hier filminteressiert, also wie wurden diese Filme wohl gedreht oder gemacht? Und dann frage ich mich immer, ha. Ja, und das zu Recht und das zu Recht. Ich finde ja schon mal einen saugeilen Auftakt. Also mir gefällt die Episode sehr gut. Und ich muss auch sagen, allgemein, was mir eben an die VHS-Filme sogar gefällt, das ist, dass die so unglaublich kreativ sind mit den Begründungen. Denn wo ist die Kamera, warum ist das alles auf Tape gebannt und so. Und da sind sie immer so kreativ. Und das mit dem Auge finde ich natürlich Weltklasse. Und natürlich auch dieser technische Aspekt, wie hat man es gemacht? Ja, gefällt mir sehr. Ein Teil, der mir fast noch besser gefällt, heißt A Ride in the Park. Das ist nämlich dann gleich mal die nächste Kassette, die ist eingeschippt. Genau. Und das ist einfach lustig. Also anders kann man es meiner Meinung nach nicht beschreiben. Zumindest wenn man mich köstlichst amüsiert. Ich habe übrigens auch wieder mal mit meiner Frau natürlich angeschaut. Sehr schön. Bis zu A Ride in the Park war es nur so, aha, okay, was kommt jetzt? Und dann ab Safe Heaven war es raus. Das glaube ich. A Ride in the Park, es geht um einen Fahrradfahrer, wer hätte es auch anders gedacht, der mit seiner Helmkamera diesen Fahrradtrip filmt und dann von Zombies wegfallen wird und selber zuohlen wird. Und zuerst ein Zombie mit einer Kamera auf dem Kopf, ja, kriegt dann so durch den Wald, trifft ein paar andere Zombies, also die man natürlich vor ein bisschen hört und dann singen die weiter und ja, das ist einfach lustig. Voll. Und dann kommen wir uns noch zu einer Geburtstagsparty, wo sie nicht eingeladen sind. Die Wut darüber lassen es dann erstmal an die ganzen Eltern von den Kindern aus und teilweise an die Kinder. Weil wenn ich keinen Geburtstagskuchen kriege, dann frieße ich einfach alle anderen. Ja. Da finde ich es jetzt sehr geil, weil das mein Lebensmotto sehr gut unterstreicht. Sport ist Mord und wie gesagt, wenn er nicht Radl gefahren war und hätte es auch nicht so blöd angestellt, dann würde er noch leben. Ich finde die Perspektive halt einfach geil. Voll gut. Ich weiß nicht, ob es noch irgendeinen anderen Film gibt, der praktisch so, ja, wie nennt man das, so ein Personal View, wie nennt man das? Ego Perspektive. Ego Perspektive, dankeschön. Zeigt von einem Zombie, also zumindest wäre mir da nichts bekannt, du weißt bestimmt etliche Filme, die das genauso machen. Nein, weiß ich leider auch nicht. Es ist hübsch, hübsch unik, das Ganze. Und ich finde, der Teil oder die Episode ist sehr, sehr kurzweilig. Also zumindest vergeht gefühlt immer die Zeit wie im Flug. Und ich bin dann auch immer traurig, wenn es dann schon fast wieder vorbei ist, weil da hätte ich einfach keinen mehr gesehen. Ja, und da finde ich es auch sehr cool, weil man dann, dass man halt den Bezug zum Charakter selber nicht verliert, obwohl er zombifiziert ist, sagt man dann doch immer wieder mal im Spiegel vom Auto oder so, dass man dann sagt, ja, wie fertig ist er denn jetzt? Dann steckt er wieder mal was im Kopf drin, dann sagt man quasi, dass da die Grillgabel im Kopf drin steckt. Da leitet er so Geschichten und ja, also obereinfallsreich. Oder wenn einem dann da der Kopf weggeschossen wird oder so, dann fliegt der Helm rum und dann kommt er neben ihm zum Link und leitet er so Sachen. Cool. Einfach cool. Ja. Da hat wiederum Regie geführt der Eduardo Sanchez und den kennt man als einer von zwei Regisseure von The Blevage Project. Ah, okay. Und der Greg Hale hat auch mit Regie geführt und das war der Produzent vom Blevage Project. Das wäre natürlich lustig, wenn im Hintergrund irgendwo dann das Zelt von Blevage Project steht und die anderen drin sitzen und sie fürchten. Ja genau, die nach hinten rotz aus der Nase und sagen, Hilfe, Hilfe. Mensch, rotz aus der Nasen, das ist ja fast schon eine perfekte Überleitung zu Safe Haven. Aber hallo, richtig, richtig. Sehr gut, sehr gut, Korpi. Dann erzähl mal, um was geht es denn in dieser grandiosen Episode? Also in Safe Haven geht es um ein Dokumentarteam. Wir hatten einen Dokumentarfilm über eine indonesische Sekte drehen. Und die Sekte heißt Paradise Gates. Das ist so Scientology-mäßig. Also da darf keine Reihe, nur die Mitglieder quasi und sie dürfen mit einer Ausnahmegenehmigung da auf das Gelände und dürfen sich davon überzeugen, dass da nichts Unrechtes passiert auf dem Grundstück. Und gerade, wie unser Kamerateam da ankommt, bricht auf dem Gelände von Paradise Gates die Hölle los. Es ist wirklich die Hölle, im wahrsten Sinne des Wortes. Also da geht es so richtig ab. Und mein absolutes Highlight in VHS 2 war damals am meisten von der Zensur betroffen, weil die Folge richtig, richtig suppt. Das überrascht mich jetzt fast nicht, dass das am meisten von der Zensur betroffen ist. Kannst du darüber reden, was da genau dann fehlt? Weil ich habe mich, also irgendwo in den unendlichen Weiten meiner Film-Online-Sammlung sollte VHS 2 wahrscheinlich auch ungeschnitten vielleicht vorzufinden sein, aber halt dann nur auf Englisch. Und die haben mir aber jetzt am Wochenende bei Amazon Prime angeschaut. Ja, die geschnittene Fassung. Und da ist einmal schon stark gekürzt vorgekommen, weil es gibt ja eine Szene, da läuft etwas an der Decke weg oder entlang. Und ich habe mich dunkel darüber erinnern können, dass es eigentlich mit diesem Viech noch mal eine Szene hätte geben sollen und die kam aber dann nicht. Okay, das weiß ich jetzt gar nicht schon. Also das mit dem Viech an der Decke, dass da eine Szene kommt, die geschnitten ist, weiß ich nicht. Aber es gibt halt da diese Schwangerschaftsszene, die meine ich halt brutal federn lassen müssen. Die Explosion von dem Obersektenkuru oder halt dann die ganzen Suizide quasi, wo sich die Leute alle ihren Kopf wegschießen und so. Das am Schluss kommt, der Baphomet quasi, aber von einem Viech an der Decke, das ist mir jetzt leider entgangen beim letzten Mal schauen. Der Baphomet? Ich hätte jetzt Baphomet genannt, ja. Weil es ein Siegenkopf und so. Kennt sich da voll aus, krass. Und die Folge hat der Gareth Evans gemacht, eben, wie gesagt, der Regisseur von The Raid 1 und 2 und der Timo, jetzt pass auf, jetzt mache ich wieder zum Offen, Ja, den kennt man als Regisseur von The Night Comes for Us, den wahrscheinlich jeder, zu dem, wo fast jeder Zugang hat, der ein Netflix-Account hat. Ein richtig, richtig grober Action-Splatter-Film. Der hat auch bei VHS 94 hat er auch ein Segment beigesteuert und auch bei ABCs of Death, der erste Teil quasi. ABCs of Death ist ja ähnlich aufgebaut wie die VHS-Filme. Gerade, dass bei ABCs of Death halt das ganze Alphabet durch Kurzfilme sind mit sehr abstruse Beiträge. Und da hat eben dieser Timo auch einen Film beigesteuert. So, so, okay. Keine Ahnung. Tatsächlich habe ich irgendwie gedacht, es geht so ein bisschen in die Richtung The Medium oder so, bei den Regisseuren. Ob der da vielleicht irgendwas mit zum Tor gehabt hat. Aber, also, ich finde den Teil oder die Episode auch ziemlich cool. Natürlich auch, weil es so abwechslungsreich und auch so creepy teilweise ist. Ja, und ultimativ bedrohlich. Also, diese Stimmung, das Kamerateam ist ja von Haus aus eigentlich nicht willkommen und wird immer so super freindlich behandelt à la Midsommar und Ding. Und da weißt du schon, oh, scheiße, da stimmt irgendwas überhaupt nicht. Und wenn es dann eben eskaliert, die sind ja nicht die ganzen Psychos ausgeliefert. Ja, und am Schluss, also gegen Eddie, eskaliert es ja komplett. Also, wirklich, wo es da abgefeuert wird in dieser Episode, ist Wahnsinn. Ich sage nur Papa. Ja, wo wir wieder beim Rotzen sind. Nein, sehr, sehr schön. Gut, und die letzte Episode heißt Slumber Party Alien Abduction. Genau. Abduction. Ja, ein paar Kinder oder ein paar Jugendliche werden von Aliens angegriffen. Das war's. Genau, die wollen eine Slumber Party. Wie sagt man auf Deutsch? Zähfix. Pyjama Party. Pyjama Party, danke sehr. Naja, ja, könnte man so nennen, ja. Die Jungs zumindest, aber die ältere Schwester, die möchte eigentlich eine andere Party machen. Ja, aber da ist es halt sehr cool, dass man zuerst hat, man hat halt normaler Found Footage und Ding und bis dann die Kamera quasi auf dem Hund montiert wird. Wo wir wieder bei der ultimativen Kreativität sind. Aber auf die Sicht, dass die Kamera auf dem Hund montiert ist, haben wir halt das ultimative Gewackel. Also das ist an sich die schwächste Episode und auf die habe ich mich am wenigsten gefreut, aber hat dann doch am Schluss aussieht, also die letzten zehn Minuten absolute Momente. Also die ist auch dann sehr bedrohlich, wenn dann diese Außerirdischen dann kommen und so und im Hintergrund dieses Brummen und diese Lichteffekte und so und wie die Aliens dann auch designed sind. Also sehr traditionell und ja, cool. Also trotz allem mit ihrer Wackelerei und Ding, hat mich das trotzdem überzeugt. Am Anfang ist es schon sehr American Pie-lastig, hat mich dann ein bisschen genervt, aber dann, wie gesagt, wenn es dann zur Sache geht, dann punktet es wieder voll. Was, was da halt auch wieder das Beeindruckende ist, wie plant man denn das, wenn so ein Hund dann die Kamera auf dem Kopf hat und war das dann auch die ganze Zeit wirklich der Hund? Das ist jetzt eine ganz gute Frage. Es gibt ja eine Szene, da wird ja ein Bub mit dem Hund dann im Schlafsack ins Wasser gezogen. Ja, jetzt wenn man halt selber einen Hund hat und dann hört man da im Fernseher, wie halt da einer ins Wasser gezwungen wird und dann da so halber da trinkt, findet man das halt dann vielleicht nicht ganz so cool. Nein, also ich glaube da, dass da wirklich dann schon mit Dummies gearbeitet worden ist oder irgendwie so in der Richtung. Also wie gesagt, der Hund einmal so ins Wasser schwimmen kann und sie alle teifeln, aber wirklich dann in Gefahr, eben auch dann am Schluss, wie dann das ausgeht, also in Gefahr wird der Hund nie gewinnt sein. Ja, vermutlich. Regie hat bei der Folge der Jason Eisner geführt, der den unglaublich, unglaublich geilen Hobo with a Shotgun gemacht hat mit Rutger Hauer und den ultimativen oder einen der ultimativen Weihnachtsfilme Trevenge, den man auf YouTube sehen kann, sehr zu empfehlen. Hobo with a Shotgun kenne ich tatsächlich. Hast du das gesehen auch oder sag doch du den Namen was? Nein, also mir sagt natürlich der Name was, wegen dem Trailer bei, nein, wie heißt das, House? Grindhouse. Grindhouse, ja. Ja, da hat ja dieser Jason Eisner diesen Contest gewonnen, weiß ich, der hat ja diesen Fake-Trailer gemacht und dann haben die gesagt, okay, du hast gewonnen, jetzt darfst du einen Film machen und da ist der Hobo with a Shotgun rausgekommen. Und man hätte dem Jason Eisner eigentlich nur eine recht große, oder ich, ich hätte ihm eine große Karriere vorausgesagt und dann ist leider nach diesem hervorragenden Film nichts mehr gekommen. Okay. Und ich liebe Hobo with a Shotgun, das ist wirklich so ein verrückter Film. Den habe ich noch einmal gesehen und das hat gelangt, oder? Da waren wir, ja, richtig, da waren wir ein bisschen zu crazy. Ja, das ist schon Wahnsinn. Das ist schon Wahnsinn. Ja, und eben so crazy ist ja auch die Slumber Party Alien Abduction, also das ist wirklich, da müsste es schwindelfrei sein. Da wird richtig fett rumgewackelt. Also in dem verrückten Wikipedia, also zumindest beim Englischen, steht übrigens da, er hat da einen Hauptfilm draus gemacht und zwar erst letztes Jahr. Ja, Kids vs. Aliens. Ach, jetzt hau ab. Doch, wirklich. Okay. Also da gibt es jetzt einen Langspielfilm, der scheinbar genau das als Handlung nur entlang hat. Okay. Jetzt habe ich echt gemeint, er hat da eben seit Hobo with a Shotgun so nichts mehr gemacht. Ein Ding hat er noch gemacht, ein Segment, wo wir wieder bei ABCs of Deaths sind. Da hat er noch was gemacht, kein 2012, aber das ist ja wirklich dann schon seit elf Jahren Sensei. Aber wenn dann der Ding jetzt kommt, Kids vs. Aliens, den schauen wir uns an, oder? Den schauen wir uns an, ja, richtig. Der Titel beim Poster drüber ist Fuck Space. Okay, cool. Bin ich gespannt. Ich weiß nicht, wie produziert ist das Ganze? Das haben wir schon mal gesagt in einer anderen Folge von Bloody Disgusting. Der Chef von Bloody Disgusting, der Brad Misca, die haben da ein paar so Filme produziert, unter anderem die ganzen VHS-Filme. Und da haben wir mittlerweile bei fünf Filme, oder? Haben wir jetzt mittlerweile. Echt fünf? Ich habe gedacht vier. Ja, VHS, also der dritte war dann der Viral. Der vierte ist 94 und der fünfte ist 99. Ah. Wobei ich den letzten jetzt seit 99, also 99, habe ich noch nicht gesehen. Also der VHS 94, der 94, war hervorragend. Also der kann fast an VHS 2 ran und ist eine brutale Steigerung zum ganz schwachen dritten Teil. Ja, ich wollte gerade auch nochmal sagen, also der dritte Teil, der ist wirklich sehr schwach. Es gibt zwar auch eine Episode, ich glaube, die vergisst man einfach nicht. Die Skater versus Zombies, oder? Nein. Nicht? Die fanden die cool. Ach, wieso? Das ist völliger Bullshit. Wow, was gefällt an dir wieder? Nein, ich habe an, war das Parallel Monsters? Dacht, mit dem einen Typen, der doch in der Parallel Welt dann ist. Das war die erste Geschichte, oder? Die war voll langweilig. Echt? Ja. Ist das die erste? Ja, schon. Also ich habe, wie gesagt, ich habe ihn einmal gesehen, seitdem nicht mehr. Und das Einzige, was mir im Kopf hängen geblieben ist, ist Skater versus Zombies. Okay. Ja, auf jeden Fall ist es insgesamt halt einfach ein blöder Film. Ja. Ja. Und für das ganze VHS-Thema ad absurdum, also da haben sie dann mit 94, sind sie wieder in die richtige Richtung gegangen. Hat eine von den besten Segmente überhaupt, wo es quasi um einen Cyborg geht, einen Menschen, der zu einem Cyborg gemacht wird und dann da sich da durch diese Fabrik durchschlachtet, in der er umbaut worden ist und das Militär fertig macht und das ist Wahnsinn. Also wo wir wieder bei der Kreativität sind, ganz, ganz weit oben angesiedelt. Aber gut, dann nochmal zurück zu VHS-2. Ja. Mich hat natürlich jetzt so eine Reihenfolge brennendst interessiert von den Episoden, was du sagst bei Spawn nennen, das ist auch so für dich die Besten. Du darfst natürlich den Tape 94, 49, so rum, richtig, den darfst du natürlich auch gerne dazu packen. Okay. Also ich hätte jetzt gesagt, Safe Haven auf Platz 1 natürlich, A Ride in the Park auf 2, jetzt pass auf, dann nehme ich, ja das Clinical Trials dann auf 3, dann die Slumber-Party auf 4 und die Rahmenhandlung dann am letzten Platz. Ja, muss ich ganz genau so in der Reihenfolge zustimmen. Wobei der Kniff ziemlich cool ist, wenn man dann sagt, dass diesen Herrn, den es quasi die ganze Zeit auf VHS zugeschaut hat, der da sich selber filmt und sich da den Kopf weggeschossen hat, dass der quasi der ist, der sich hinter einer im Schrank versteckt. Das fand ich sehr cool und wie der dann da rauskommt, also war schon cool. Es ist ein cooler Abschluss, aber sagen wir mal, das was halt dazwischen passiert, das langweilt einen. Ja, aber ich finde es immer gut, lieber hat so ein Anthologie-Film eine Rahmenhandlung, die das Ganze zusammenhält, kompakt, als wie das nichts ist und es ist so lose, dass wirklich nur hintereinander die Episoden kommen ohne Rahmenhandlung. Also ich finde es immer gemütlicher, wenn du so eine Rahmenhandlung hast, auch wenn es nicht immer oder meistens nicht das Stärkste am Film ist. Ja, also ich muss sagen, A Ride in the Park und Safe Heaven, die nehmen sich nicht voll, aber die sind natürlich vom Stil her sehr, sehr unterschiedlich. Also A Ride in the Park, den finde ich einfach witzig und Safe Heaven, das geht halt genauso in die Richtung, die ich gerne mag. Ich habe ja vorhin schon die Medien gesagt und sowas und genau für sowas liebe ich Found Footage. Ja, und sie haben mir den Move sehr cool gemacht, dass quasi die, sie präsentieren da mit Clinical Trials ein wenig so das Grusel-Ding, das wurde schon ein wenig so einstimmend und finde ich auch super geil gemacht mit der Pool-Szene und so. Schaut euch den Film auf jeden Fall an, Pool-Szene, mega cool. Dann mit A Ride in the Park gehen wir dann in die Fansblätter-Richtung und haben wir dann richtig gut gelaunt. Und Safe Heaven zeigt uns dann so richtig einen Teppich unter die Füße weggelostet auf dem Oschi-Plumpsen. Also der geht richtig ab. Ich habe mir allgemein die Reihenfolge ein bisschen anders gewünscht innerhalb vom Film. So gerade Safe Heaven als Abschluss, das hätte ich richtig geil gefunden. Wahrscheinlich, ihr habt auch angefangen mit A Ride in the Park, dann Slumber Party, Alien Abduction und dann Clinical Trials und dann eben Safe Heaven. So hätte ich die Reihenfolge. Ja, also Slumber Party war bei mir auf jeden Fall auch weiter vorn. Der hat mal hinterlost am Schluss ein bisschen seinen Faden geschmarrt, weil er doch recht lang braucht, bis er in Schwung kommt. Hätte auf jeden Fall weiter vorn hier kehrt, bin ich bei dir. Und was mich an der Episode vor allem stört, ist diese Darstellung von den Aliens. Okay. Weil das, ich finde, das ist halt so ultra klischeehaft, also ohne, dass man sich irgendwie Gedanken gemacht hat, wie die vielleicht anders ausschauen könnten. Deswegen habe ich gesagt, sie sind sehr traditionell. Klar, mit den Schattenelementen und so macht es natürlich dann mal einen richtig bedrohlichen Eindruck. Und ich glaube, hat es der Kani nicht vor kurzem gesagt, dass das für ihr eines der gruseligsten Sachen überhaupt war? Ich meine schon, ja. Ja. Also da merkt man wieder, dass der Kani einen seltsamen Geschmack hat, aber okay. Das sowieso. Ich weiß nicht, was für ein Delirum das er gerade war, wie er das gesehen hat oder wie er das gesagt hat. Das weiß man jetzt allgemein nicht. Eben. Der hat sich wahrscheinlich darauf eingesteckt gehabt, dass er jetzt am Porno schaut und dann... Naja, was ist denn da los? Weniger Busen als gedacht, aber wie gesagt, wenn der Film losgeht, zeigt man es schon in den Busen, wo wir gleich bei unseren 3T sind. Ja, wie Top und Flop, dann mal überspringen, oder was? Ach, machen wir das zuerst. Ich hätte jetzt eine super Überleitung versucht, aber die hast du jetzt wieder sauber abgeschmettert. Dann machen wir es dieses Mal komplett verrückt und machen erst das Triple Threat, okay? Okay, machen wir es so. Boah, krass. Voll verrückt. Also Triple Threat haben wir mir Trompeten. Trom... Wir haben eine Trompeten und Möpse gleich miteinander. Was? Echt? Ja. Das kann auch sein, dass das eine von den Szenen ist, die in deiner Version jetzt da rausgeschnitten waren bei Amazon, glaube ich, weil man sagt gleich am Anfang in den ersten 3 Minuten, man sagt Möpse und einen Riemen. Ah, okay, nein, da kann ich mich jetzt nicht daran erinnern. Da wäre... Ich kann mich nur an die Möpse erinnern. Komisch. Wie konnte es nur sein? Genau. Und dann Tote Tiere, das kann ich jetzt gerade eigentlich auch nicht... Naja, also das ist ja einmal beim Spoiler-Territorium und zwar der Schluss von Slumber Party, Alien Abduction, der Hund stirbt ja. Das weiß man nicht. Jo, der fällt ewig, die Aliens ziehen den voll weit auf, lassen ihn runterfallen und dann macht es Platsch und dann filmt die Kamera quasi den Hund und der zuckt noch und macht Also der überlebt nicht, Corby. Nein, das ist auch nicht im Film. Also nicht im geschnittenen. Ah, okay. Also okay, das ist gut, dass wir darüber geredet haben. Also der Hund stirbt in der ungeschnittenen Fassung. Das ist ja krass. Okay. Gibt es jetzt nochmal einen Punktabzug bei dir? Eigentlich schon, ja. Du musst was, gell? Eigentlich schon. Und schon ist der Teil noch unbeliebter, ja. Ja. Dieser verdammte Jason Eisner. Du darfst ihn quasi ganz rausschneiden, oder? Wenn du es kannst. Nein. Das ganz so schlimm ist dann auch wieder nicht. Aber es ist halt immer scheiße, wenn ein Hund stirbt. Ja, das stimmt schon. Gut, dann, jetzt bin ich gespannt. Jetzt erzähl mal, was sind denn deine Tops und Flops? Also meine Flops ist dieser American Pie Part in Slumber Party. Das nervt mich ein bisschen auch, wo es den dann beim Wichsen filmen und so und Dinge auch. Das ist so, ach nein, das passt nicht zum Rest irgendwie dazu. So dieses Teenie-Geblänkel. Das hat mich genervt und dauert mir zu lang. Ja. Definitiv. Und mein absolutes Highlight, wenn es in Paradise Gates Riot geht, wenn es da so richtig rund geht, ab dem Moment, wenn diese Alarmsirene losgeht, stellt es bei mir die Gänsehaut auf und dann lasst die Gänsehaut nimmer nach bis zur Pa-Pa-Szene und da bin ich voll dabei. Also Safehaven ist ein richtiger, ja, ein Mindblower. Richtig geil. Ein Mindblower. Ja, das ist genau meins. Also von da weg, diese Sirene geht los und der Ostra durch, das ist mein absolutes Highlight und da bin ich schon immer ganz heiß drauf. Cool. Bei dir? Ich fange jetzt gleich mal mit dem Flop an, bitte. Und du wirst gerne sagen, ach Kim Corby, bitte. Ich mach die fertig. Ja, mach ruhig. Es ist tatsächlich diese Papa-Szene, weil die für mich diesen Safehaven einfach ins Lächerliche zieht. Ja. Diese Kameraeinstellung, also man sieht dann diesen Dämon, ich weiß nicht mehr, wie es den Volk genannt hat. Ja, von mir ist mit B, ja, Gesundheit und den vermeintlich Überlebenden, wer weiß wahrscheinlich in der ungeschnittenen, frisst er dann seinen Kopf oder was weiß ich. Nein, der ist dann wirklich akkur. Und die Kameraeinstellung kommt von unten. Ja. Und man sieht ja praktisch, wie er dann aus dem Mund rotzt und aus der Nase kommt dann auf einmal so eine Rotzglocken. Und ich weiß nicht, was man damit bezwecken wollte, aber ich finde, das macht halt dann nochmal dieses, also ja, es zieht das komplette Gruselige, was Safehaven zum Schluss aus und was sie extrem geil aufbaut, nochmal so ins Lächerliche, dass ich es einfach schade gefunden habe. Okay. Du musst aber dazu sagen, er ist ja auch der Papa, muss man sagen, oder? Die ist ja schwanger von ihrem, der da den Bauch aufplatzt. Nein, eigentlich nicht. Nicht? Nein. Weil der, der sie geschwängert hat, der ist doch schon gestorben. Ach, ist das der andere? Nein, 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 nein. Das ist schon der, weil der, 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 der betrogen worden ist, der wird ja quasi hinterschossen. Nein. Ich glaube nicht. Also ich, ich glaube nicht, nein. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Ich muss mich nochmal anschauen. Da muss man ehrlicherweise gestehen, wahrscheinlich war ihr gar nicht bewusst, dass das der andere ist, weil sie beide schon sehr ähnlich schauen. Ja, wir haben jetzt nicht rassistisch, aber manche, die schauen sich halt ein bisschen ähnlicher, das stimmt. Ja. Nein, aber ich war jetzt davor ausgegangen, dass das der ist, dass das der Fremdgeher ist quasi. Ja, wer weiß. Schreibt es in die Kommentare, Leute. Und cool ist auch der Move, dass quasi die den Rotzglocken und den Säufer zusammenlaufen lassen. Sonst habe ich auch noch nichts gesehen. Und dann läuft das miteinander runter. Also ziemlich cool. Ja, wirklich Wahnsinn, Wahnsinn. Da kann man die M.A. nehmen von dem, glaubst du? Ja, ich geht. Genau. Und top, ich mag diesen Ride in the Park furchtbar gern. Also das war für mich ein so Kurzfilm, der kann hervorragend auf YouTube wahrscheinlich viral gehen und den Leute immer und immer wieder mal anschauen. Verstehe. Ich mag den. Also gerade, der ist von Haus aus einfach auf lustig ausgelegt und da, wo er seine ersten Opfer dann beißt, diese Szene, wo der eine, wo es den Bauch dann so ein bisschen essen, wie der dann auf einmal so hochgeht und dann so in die Kamera schafft, so, hä? Finde ich super. Und daneben sei er seine Frau oder seine Freundin und hat gerade Ohren von diesen Darmsträngen in den Mund und kaut er so drauf rum. Und er läuft doch dann auch rum und dann hängen dann die Eingeweide die ganze Zeit vom Bauch aus und so. Ja. Ja. Also das fand ich einfach super. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, bin ich bei dir. Ansonsten, es gibt natürlich viele Highlights in dem Film. Also gerade nochmal die Kameraeinstellung mit dem künstlichen Auge und so, das ist ziemlich cool. Aber ja, es ist halt leider auch viel, viel extremer Trash mit drin. Und wie es du auch schon richtig gesagt hast, von der Reihenfolge her mit Slumber Party, Alien, Abduction, Enden, das ist halt, das ist halt einfach leider der schwächste Teil. Obwohl der auch viele Elemente drin hat, die schon gruselig sind. Also gerade, wo es am Anfang ins Wasser springt und dann siehst du auf einmal so im Hintergrund den Alien, das ist schon. Ja. Ja. Ja, ist ja schön. Ich möchte fast behaupten, dass VHS 2 mein liebster Fun-Footage-Film ist. Von allen. Ja. Im Gesamten oder wie? Im ganzen Universum. Im ganzen Universum. Ja. Nein, kann ich jetzt so nicht sagen. Du bist eher so der Rack-Typ, gell? Nein, auch nicht. Auch nicht. Also Blair Witch Project gibt mir tatsächlich auch was, aber auch die Medium oder so, sowas finde ich ja geil. Aber das ist halt auch wieder Fun-Footage in Anführungsstrichen, weil es ja eigentlich mehr so ein Dokumentarfilm ist, wobei man ja… Mockumentary, ja. Ja, wobei man halt natürlich mit dem Ende dann auch wieder sagt, na gut, das muss ja dann Fun-Footage sein. Im Endeffekt, ja. Ja, das ist, diese Grenzen verschwimmen. Vor allem, wenn du jetzt da schaust, diese Desktop-Horrorfilme und so, das läuft ja alles irgendwie so auf dieses, auf das hinaus. Also an sich, ähm, kaufern sich ja da schon wieder Abstufungen und Ding, aber das führt jetzt zu weit. Ja, Trollhunter, das ist einer meiner, meiner absoluten Lieblinge. Stimmt, stimmt, den gibt's auch noch. Katakomben ist natürlich auch geil. Ja, sehr schön. Gefällt mir auch sehr. Also, es gibt immer wieder mal so ein paar Perlen und halt Trash. Und Trash. Perlen Objektivite ist ja eigentlich auch Fun-Footage. Ja, ja, freilich. Auf jeden Fall. Die mag ich auch sehr. Also, die sind so Filme, die nehme ich dann mit heim. Also, das heißt, mit heim, den habe ich damals mit heim genommen nach dem Kino. Da liegst du dann im Bett drin und sagst, nein, mein Fuß, der kommt jetzt unter die Decke, weil sonst zirka mir gerade ein bisschen gegangen ist. Ja, Gott, ja. Schrecklich. Ich finde tatsächlich, den gruseligsten Perlenom-Activity-Teil, zumindest der, der mich sehr lang sehr, sehr, sehr stark gegruselt hat, ist Tokyo Night. Oh, scheiße, den habe ich da gar nicht gesehen. Was, echt? Nein, der geht mir gerade ab, ja. Der gehört ja auch nicht dazu, dass das ein Spin-Off ist, gell? Ja, aber der ist krass. Der ist krass. Da muss ich gucken. Ja, aber ansonsten, VHS 2 ist natürlich auch ganz weit vorn, weil halt da so viele Episoden mit drin sind, die einfach Spaß machen. Voll. Meine Frau hat natürlich dann gesagt, ob es safe haven so, können wir uns auch mal wieder was gescheit zu schauen. Nicht nehmen wir den Scheiß. Dann sage ich vielen Dank für diese Filmauswahl. Es hat da wirklich Spaß gemacht. Aber da müssen wir es jetzt eigentlich fast so machen, wenn wir dann irgendwann einmal über die anderen VHS-Filme reden, dann müssen wir die in Steady packen. Also es bleibt eigentlich uns gar nichts anderes übrig. Ja, tut mir leid. Aber dann müssen wir, dann macht man eins auch noch demnächst. Genau. Und für alle, die VHS 2 auch so gern mögen wie wir oder halt auch diese Episoden zumindest teilweise mögen. Schreibt uns in die Kommentare, was ist eure liebste Reihenfolge dann da? Wie hättet ihr diesen Film gestaltet, wenn ihr mit dem Besten anfangt, mit dem Schlechtesten endet? Und ja, Maik, was dürfen unsere lieben Hörer sonst noch machen? Einen Tipp gebe ich unseren Hörern noch. Die dürfen sie den Film kaufen, aber nicht die deutsche FSK-18-Fassung, sondern von LGF, die Uncard-Version. Also kriegt man und nur so macht der Film Sinn. Es herz ist, wenn der Kobi verzeiht, er weiß nichts von einem toten Hund und und und. Also es sind sechs Minuten mehr Material drin. Schaut's nicht die geschnittener Scheiß direkt. Bemüht's euch ein bisschen und schaut's euch das gute Sache an. Und unsere Hörer dürfen natürlich alles, was wir ein wenig so raushauen, teilen und liken. Dürfen öfters mal Kommentare reinschreiben. Ich sag's immer wieder und es ist noch nix passiert. Schreibt's uns mehr Kommentare rein. Das hat uns super gefreut. Vielleicht auch ein Steady-Abo, dass wir unsere Kinder ernähren können von dem ganzen Krampf da. Kinder und Hunde. Kinder und Hunde. Genau, und du hast die Glocken drücken auf alle Fälle. Ach Gott. Na gut, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Jetzt müsste ich dir was sagen, aber mir fällt jetzt nix ein. Egal. Merci fürs Zuhören, liebe Videofreunde. Bis zum nächsten Mal. Servus. Adieu. Adieu. Untertitelung des ZDF, 2020